ja hallöchen erstmal weiß gar nicht ob sie es wussten aber sie gucken minecraft willkommen wir sind immer noch an dem tollen brunnen hier unterwegs und dann habe ich da ein plan in dem erstmal haut er gleich die ganze seite weg ok dann möchte man nacheinander nicht dass er durcheinander kommt die länder hätte ich gern aber auch verschiedenen farben weiß nicht was analog heißt was an den analogen anders als an den normalen immer hier sind eigentlich ist die farbe egal aber da wird ihn wenn wir die türen dann leuchten die ja nicht deswegen dann machen die leuchten dann auch nicht warum möchten die nicht ein ziel hinterher nicht leuchten da muss man die anbauen jetzt doof hinterher haben doch mal geleuchtet aha und sie auch ok was machen dann die analogen hat die leuchten gleich ich nicht ganz ok irgendwann ist man Ähm, hält aber knapp hier. Dann kommt das wieder erstmal drauf. Und dann... Das machen wir da. Na, das ist auch so ein Blatt, würde ich sagen. Und da brauche ich dann noch Glas rein. Da verstehe ich den Unterschied zwischen analog und normaler nicht. Na, hab ich so viel Platz, wie ich bräuchte. Na, das kann man dann hier noch ein bisschen ausbauen, würde ich sagen. Aber erstmal hier eins, zwei. Zwei. Und da sind es plötzlich drei. Na, das ist normal, weil der Rand ist ja. Ist da auch noch. Oh, falsch. Wir haben jetzt zu viele weggenommen. So. Ja, das selbe Spiel. Hier. Das war das. Das habe ich so als Idee genommen, was mir beleuchtet ist. Was? Jetzt. Ähm. Wollen wir noch einer? Red Star Torch. Und dann das analoge Ding mal darin setzen. Ich denke, wenn ich... So ganz genau so aus. Ich sehe nicht, ob es da sind noch anders. Da kann ich noch irgendwas anderes ganz tolles, was ich weiß. So. Machen wir mal anders. Oh, sind die da. Ich weiß nicht, ob ich das mache, aber ich weiß nicht, ob ich das mache. mit zu leihen so Nämlich das. Na, das sieht doch schick aus. Sollte eine Wand. Kann ich hier natürlich auch noch so machen. Sollte sich ja mal so ruhig bin, aber ich muss mich echt konzentrieren. das drecks auto ist so mächtig wenn wir sagen kraft dieses mit über dinge laufen das habe ich gemacht weil ich diese komische animation war man es einfach so über die abgegangen so auf dem feld reich zum beispiel also dieses komische jumpen da ist so eine ähnliche animationen dann ist eklig so machen wir das hier auch gleich fertig ein bisschen rum freutzen und bonzen dann brauche ich nochmal glas noch ein bisschen auch hier rum so ein bisschen sieht man die animationen darunter ist schön jetzt auch so eingelassen lassen aber auch so ist besser mit glas drin eine eben ist wirkt dann eher so wie lampen ich weiß nicht wie ich das machen soll oder so bleiben wir zwei lücken über animationen sieht man noch so ein bisschen ich glaube es ist immer genutzt und wenn man das schüttelt dass der leuchteffekt dann weg ist wenn ich jetzt so gemacht und laber wird jetzt nicht so jetzt haben wir schicken schicke lampen um den brunnen herum und mir gefällt schon mal so ein bisschen weiß und da würden sagen wieso für den kack aber das ist mir egal muss ich nur gucken das hier hinkriegen das ist ein bisschen holen holen Nicht ganz so eckig aussieht, an den Kanten. Wollen wir noch echt schlechte Rundungen machen. Jetzt sieht man aber komisch aus, ich weiss nicht. Jetzt aber wieder schön mit dem Regen. Immer so ein bisschen aus, wenn man nach oben fliegt, finde ich, wenn man so guckt. Oder wieso? Ist es dunkel wär? Kann man sich vorstellen, wie man am Raumschluss sitzt und sich gerne aneinander vorbeiziehen, wenn man so über Lichtgeschwindigkeit wird. Hm, ja, sieht scheiße aus. Lass das so eckig. Ich lasse das einfach so eckig ein gutes. Aber dann ist unser Brunnen fertig. Tschüss. Yeeeey. Wollte ich auch so wie ich. Hier gibt mal noch Symbole reinmachen in den Vlog, ne? Okay, machen wir das dann. Okay, machen wir das dann. Wer sagen? Ja, kopieren geht nicht, weil das alles ist. Kann auch in dieses Neu reinmachen. Aha. Sie fragen, ob ich das machen möchte. Wäre schon edel. Einfach so ein... ... Wir müssen ja jetzt da wieder einen reinmachen. Das sieht mir so komisch aus. Das ist das Schwierige auf dieser Größe. Wo stammt es dann? Ja, so sieht es nicht aus wie. Das ist halt so. Machen wir hier das selber. Ok. Ich bin bisschen gedreht. Okay. 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 All?". Ich darf mal gesoncet. Oder in die Idee reinschreiben. Was ich dann eh nicht umsetzen kann, weil ich da so doof bin. gustel, aber tut euch keinen Zwang. Ich überlege was ich jetzt noch mache, haben wir da den Brunnen, müsste ich eigentlich zwei Platz. Der Weg müsste jetzt eigentlich um den Brunnen herum gehen. Vielleicht aber kein Dirt drin, ne? Ne. Mal gucken, dass ich den Dirt finde. Da gehe ich auch mal kurz schlafen. Ob der Regen ja nicht mal wieder aufhört hier. Ich habe gehofft, der hört mal von alleine auf, aber nix da. Nein! Gut, dann machen wir jetzt mal eine kürzere Folge. Dann mache ich jetzt nämlich Ende, wenn ihr ein bisschen neustartest. Da sage ich jetzt ganz schnell tschüss. Ich bedanke mich für das Zugucken. Beschwert euch beim Panda, dass die Folge so kurz war. Link ist unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.